Wie? Autos steuern? Mit einer Uhr? So wie bei Knight Rider damals? Das ist ja cool. Achso, anders. Was passiert, wenn man einen Endless Runner mit einem Autorennspiel kreuzt und das Ganze mit einer Portion Fitness-App garniert? My Fitness Racer klingt auf den ersten Blick wie ein stinknormales Mobile-Game, ist es aber nicht. My Fitness Racer gehört zu den wenigen Games, die es für Smartwatches gibt. Genauer gesagt für Smartwatches mit dem Betriebssystem Android. Gut, wirklich tiefgehendes Gameplay gibt es da noch nicht, aber zumindest könnt ihr eure Ergebnisse mit Google Fit verbinden und so auch noch ein wenig was für eure Gesundheit tun. Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr schon Games für Smartwatches gezockt? Schreibt es uns in den Kommentaren, auf Twitter, auf Facebook. Klickt den Abo-Button, wenn ihr euch schon unten rumtreibt und dann geht mal wieder raus vor die Tür. Das ganze Spielen kann ja auf Dauer auch nicht gesund sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.